So, ich begrüße Sie zu unserer Vorlesung und lassen Sie mich spontan versuchen, die Vorlesung ein bisschen umzugestalten, denn es ist einfach gerade so viel los. Ich versuche jetzt mal spontan das, was in den letzten drei Tagen passiert ist mit Griechenland, genau in das einzubetten, woran wir gerade sitzen hier in der Makro. Ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen. Zunächst eine Headline von heute früh, Sie haben es vielleicht gesehen, Griechenland zieht die asiatischen Börsen ins Minus, da ein Minus von, weiß nicht, das ist alles noch nicht so will, zwei, drei Prozent, der Euro geht runter, auch drei Prozent, alle erwarten, dass der DAX heute richtig nach unten gehen wird, gut vier Prozent wird das wahrscheinlich ausmachen. Sie fragen sich, das ist doch Makro und fragen sich gleichzeitig, wie kriegen Sie denn das, was da passiert, jetzt mit dem Vorlesungsstoff irgendwie in den Griff? Also warum sollte diese Tatsache, dass Griechenland jetzt kurz vor dem Default steht, warum sollte das die Börsen ins Minus ziehen und welche Zusammenhänge wirken hier? Da würden Sie vielleicht als erstes, wenn Sie an diese Frage herangehen, naja, sagen wir es mal so, Sie sind erst mal gut beraten, sich zu fragen, welche Bestandteile der Vorlesung passen denn als Erklärungsmuster, als Modell? Schlecht ist es, wenn Sie immer nur in die Zeitungen gucken, denn da steht so alles Mögliche und Journalisten neigen dazu, sich ad hoc ihre Modelle irgendwie so zusammenzuzimmern, dass sie halbwegs plausibel klingen und meistens tun sie das dann nicht. Eine große Gefahr ist immer, wenn zu viel das Wort Geld fällt, denn sobald Sie von Geld lesen, dann fragen Sie sich, Geld, ja klingt sinnvoll, den Griechen fehlt jetzt das Geld und weil denen das Geld fehlt, gibt es da vielleicht einen Nachfrageausfall oder irgendwas in der Form? Sind irgendwelche Geldkreisläufe gestört? Das Problem mit Geld ist, so viel hatten wir Geld bisher gar nicht in der Vorlesung. Wir haben über den Geldmarkt gesprochen, darüber, wie die Zentralbank versucht, den Geldmarkt zu steuern, die Zinsen zu setzen, aber das war es dann auch mit dem Geld. Ansonsten haben wir gesprochen von Nachfrage, von Einkommen und das sind auch die wichtigeren Größen. Also lösen Sie sich ein bisschen von dem, was Sie typischerweise in der Tagespresse lesen. Warum könnte das wirken? Da sagen Sie sich einmal, vielleicht hilft Ihnen ja die Multiplikatoranalyse weiter. Das wäre schon mal ein ganz guter Ansatz, denn Sie sagen sich, das was wir in der Multiplikatoranalyse machen, das ist dann der private Sektor, das ist der Staat, das sind die privaten Haushalte und die Unternehmen, zwischen denen die Geldflüsse, die Konsumströme, die Nachfrageströme fließen und irgendwie so ist Griechenland ähnlich eingebettet in ein internationales Nachfragesystem, bei dem wir vielleicht feststellen, dass viele Länder irgendwie zusammenhängen. Die Griechen kaufen Produkte in Deutschland, Deutschland in den USA, USA in Japan, Japan irgendwo und irgendjemand kauft am Ende griechische Produkte. Und wenn Sie es feststellen, da fällt plötzlich einer aus, fehlt plötzlich, dann können Sie sich leicht vorstellen, dass das Multiplikator-Effekte auslöst, dass hier irgendwo die Nachfrage fehlt, nach Produkten, die wir eigentlich verkaufen wollten und bei denen wir feststellen, jetzt sind unsere Käufer weggebrochen. Warum sind die weggebrochen? Naja, der erste Grund könnte darin bestehen, weil Griechenland sparen muss. Also hier gibt es einen Akteur, der schlagartig eine höhere Sparquote hat und deswegen bricht Nachfrage weg. Und weil die Nachfrage weg bricht, machen sich alle Sorgen, dass die Eurozone in die Rezession gerät. Das könnte das ein bisschen erklären. Wäre ein brauchbares Modell. Nun ist es so, Sparen, das tut Griechenland ja nun schon seit fünf Jahren ein bisschen. Das verschärft sich jetzt, denn sobald Griechenland abgeschnitten ist von den Hilfsprogrammen, fließen Mittel nicht, die Griechenland auch für Investitionen und auch zur Stützung des Haushalts verwenden könnte, diese entfallen. Also insoweit könnte sich das Sparen hier in Griechenland verschärfen. Könnte diese Auswirkungen haben. Jetzt gibt es einen zweiten Grund. Nämlich seit heute früh sind die Banken in Griechenland geschlossen für die ganze Woche. Das bedeutet, es gibt keine Barabhebungen mehr, nur noch maximal 60 Euro pro griechischen Staatsbürger dürfen pro Tag abgehoben werden. Also die Bankenschließung bedeutet natürlich nochmal eine Verschärfung. Also viele Zahlungen, die anstehen. Auslandsüberweisungen sind nicht mehr möglich. Da sollen Produkte nach Griechenland verkauft werden, aber die Griechen können das gar nicht mehr bezahlen, weil sie auf diese Zahlungssysteme überhaupt keinen Zugriff mehr haben. Kein Exporteur möchte derzeit Produkte nach Griechenland verkaufen, denn es kann ja gar nicht bezahlt werden. Die einzige Möglichkeit, das zu bezahlen, wäre in bar. Denn Bargeld gibt es jetzt sehr viel in Griechenland, aber welcher Exporteur kann da schon hinreisen und die Mittel in bar in Empfang nehmen? Selbst wenn er das darf, darf er sie nicht über die Grenze zurück nach Deutschland verschaffen, denn es herrschen nun Kapitalverkehrskontrollen. Also, wir stellen fest, dadurch verschärft sich natürlich diese Situation, dass ein Land hier aus diesem Multiplikator-Kreislauf wegbricht. Es könnte noch einen dritten Grund geben, warum hier etwas Negatives passiert. Nämlich, wenn Sie sich ein bisschen die Bilanzen anschauen, die Bilanzen der einzelnen Unternehmen in Griechenland, aber auch die Banken in Griechenland, die Banken in Deutschland, dann können hier Ansteckungseffekte auftreten. Es könnte nämlich passieren, dass Sie als Unternehmer in Deutschland schon damit gerechnet haben, dass eine Zahlung aus Griechenland bald eingeht. Dass Sie als Bank in Deutschland schon geplant haben, hier wird eine Überweisung aus Griechenland bald hereinkommen und damit können Sie bei Ihrer Liquidität entsprechend planen. Und jetzt bekommen Sie plötzlich mit, diese Überweisung kommt aber nicht. Das heißt, Ihnen droht ein Stück weit die Illiquidität. Bei den Banken ist das besonders heftig, denn die sind nun im Zahlungsverkehr permanent darauf angewiesen, dass von überall her Zahlungen reinkommen. Wenn da plötzlich ein Zahlungsstrom wegbricht, ist die Liquiditätsversorgung nicht mehr gewährleistet. Und wenn Sie das einmal erleben, dass bei der Liquiditätsversorgung etwas nicht stimmt, kann es auch schnell passieren, dass Ihre gesamte Bilanz in Schieflage gerät. Denn als Unternehmen, wenn ein Zahlungsstrom aus dem Ausland plötzlich ausbleibt, Sie aber Kosten haben, dann müssen Sie sich irgendwoher einen Kredit verschaffen. Sie müssen zu Ihrer Hausbank gehen und sagen, bitteschön, ich habe hier einen Liquiditätsengpass, gib mir mal einen kurzfristigen Kredit, damit ich das überbrücken kann. In Deutschland wäre das kein Problem, denn die Hausbanken sind alle vollgesogen mit Liquidität, können die günstig zur Verfügung stellen, aber die Banken müssen permanent die Spreu vom Weizen trennen. Welcher ist denn der gute Unternehmer, der den Kredit verdient und welcher ist der, der vielleicht selbst daran Schuld hat? Warum macht er denn auch noch Geschäfte mit Griechenland? Kann das doch selber ahnen. Was tun die Banken in dem Fall? Sie legen eine Risikoprämie obendrauf. Der schöne Zinssatz, den wir bisher bestimmt haben, den die Zentralbank gut steuern kann, der am Markt ankommt, der kommt dann vielleicht nicht mehr in der Form am Markt an, sondern es werden Risikoprämien obendrauf gelegt. Und wenn diese Risikoprämien mal groß genug sind, dann kann es passieren, dass aus einer anfänglichen Illiquidität eine Insolvenz wird. Denn wenn Sie sich Ihre hüpfle Bilanz dann einmal anschauen und stellen fest, für alle Kredite, die Sie da aufnehmen, zahlen Sie nicht mehr den netten Zinssatz von vor ein paar Wochen, sondern da sind gewaltige Risikoprämien obendrauf, dann kann es sein, dass Sie überschuldet sind. Das könnte einzelne Unternehmen betreffen. Und wenn es bei einzelnen soweit ist, dann drohen Ansteckungseffekte, Zulieferer könnten wegbrechen, ähnliche Effekte könnten auftreten. Nun ist es so, hier an der Stelle droht uns keine Gefahr. Warum? Weil wir ja sehen, wer derzeit überhaupt die Gläubiger sind von Griechenland. Das sind ja nicht mehr die Unternehmen, das sind auch nicht mehr die privaten Banken, es ist komplett die öffentliche Hand. Da ist einmal die EZB drin mit extremen Volumina, Notkredite, aber auch hinterlegte Staatsanleihen Griechenlands. Dann kommen die diversen Stabilisierungsfonds ESM und EFSF, die gegenüber Griechenland als Gläubiger auftreten. Da ist der Währungsfonds drin und indirekt damit der Bund, der als Bürger an vielen Stellen auftritt. Das bedeutet glücklicherweise, dass wir uns hier keine Sorgen machen müssen. Denn diese öffentlichen Einrichtungen stehen jetzt nicht unter Druck. Wenn bei denen was wegbricht, dann sind das gewaltige finanzielle Verluste, aber es droht nicht, dass diese deswegen anfangen, die Staatsausgaben zu reduzieren, die Ausgaben zu reduzieren. Es droht also nicht, dass sich deswegen dieser Multiplikator-Effekt verstärkt. Wenn hier also lauter private Gläubiger betroffen wären, bei denen die Zahlungsströme wegbrechen, dann könnte es passieren, dass die ihre Nachfrage einschränken und damit weltweit zu einem Nachfrage-Einbruch führen. Das ist aber raus. Dieser Ansteckungseffekt ist weg. Das ist einerseits eine gute Nachricht, andererseits eine schlechte Nachricht. Was das Gute und was das Schlechte daran ist, passen Sie auf, ich habe hier mal mir die Mühe gemacht und bin mal fünf Jahre in die Vergangenheit. Es sind zwei Reden der Bundeskanzlerin von dem Bundestag von vor fünf Jahren. Und vor fünf Jahren fing die ganze Krise um Griechenland ab. Als Folge der Finanzkrise von 2007, 2008 hatte Griechenland so wie viele andere Länder auch, verstärkt Staatsausgaben auch getätigt und gleichzeitig brachen Steuereinnahmen weg. Und so gab es jährliche Budgetdefizite in Griechenland von zehn Prozent. Das waren natürlich gewaltige Zahlen und es war klar, das ist so nicht aufrecht zu erhalten. Notwendig war natürlich, dass Griechenland anfängt zu sparen. Aber wie sollte das vonstatten gehen, diese Ersparnis? Also. Wir stellen fest, es ist noch kein Euro und kein Cent für die Unterstützung Griechenlands ausgegeben worden. Bis gar ist Griechenland nicht zahlungsunfähig geworden. Wir helfen Griechenland, weil wir der Stabilität unserer gemeinsamen Währung insgesamt helfen. Wir schützen das Geld der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Es wurden Vorschläge diskutiert, die ich als deutsche Bundeskanzlerin und die die Bundesregierung insgesamt nicht bereit war mitzutragen. Konkret drohte der Weg zu einer Transferunion, in der eine unmittelbare und verbindliche Haftung aller für selbstverantwortete Entscheidungen einzelner Mitgliedstaaten eingeführt worden wäre. Das galt es zu verhindern. Wir stellen fest, es ist noch kein Euro und kein Cent für die Unterstützung Griechenlands ausgegeben. Das wiederholt sich jetzt. Also. Versetzen sich so ein bisschen zurück. Fünf Jahre zurück. Und was Konsens oder sagen wir mal breiter Konsens war, in Deutschland war, wir wollen keine Transferunion. Denn wir wollen nicht, dass dauerhaft Griechenland Staatsausgaben tätigt, die nicht selbst aus dem griechischen Steueraufkommen gedeckt werden, dass dafür deutsche Steuerzahler letztlich in Haftung genommen werden. Nun bestand die Idee also damals darin, nur Kredite zu geben und die Kredite auch nur dann zu geben, wenn Griechenland sich verpflichtet, einen Sparkurs einzuführen, mit dem sichergestellt wird, dass Griechenland langfristig diese Schulden auch zurückbezahlen kann. Nur dann ist es ja ein Kredit, wenn eine solche Garantie auch vorhanden ist, dass man, dass die einmal aufgenommenen Kredite in Zukunft mit Ersparnissen wieder zurückbezahlen kann. Nun wird im Rückblick etwas ganz Fatales passieren, denn wir stellen fest, diese Kredite werden nicht zurückbezahlt werden. Und dass sie nicht zurückbezahlt werden, wissen wir eigentlich schon lange. Denn, wenn wir es mal durchrechnen, Griechenland hat eine Verschuldung in Höhe von 180 Prozent des Inlandsprodukts. Und gefordert von den Institutionen von Griechenland war, dass jährliche Primärüberschüsse, also ein Budgetüberschuss, in Höhe von 4,5 Prozent des Inlandsprodukts erwirtschaftet wird. Davon, von diesen 4,5 Prozent, könnten dann entsprechend die Zinsen und Tilgungen der alten Kredite entrichtet werden. Das heißt, 4,5 Prozent jährlich um die 180 Prozent abzubezahlen. Jetzt hat diese Zahl zwei Probleme. Erstens, sie ist zu niedrig. Denn, wenn Sie mit 180 verschuldet sind und zahlen nur 4,5 jedes Jahr, dann werden Sie den Kredit nie abbezahlen können. Sie würden niemals bei der Bank einen Kredit bekommen, bei dem die Annuität so gering ist, dass keine Chance darauf besteht, den Kredit jemals zurückzubezahlen. Das heißt, die Zahl 4,5 Prozent ist deutlich zu niedrig. Zweitens, die Zahl ist deutlich zu hoch. Denn Griechenland leidet unter einer Rekordarbeitslosigkeit 30, 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit noch höher. Weil Griechenland einen Sparkurs durchführen muss und das Land in die Rezession hineintreibt und damit keine nachhaltigen Zustände mehr herrschen können in dem Land. Also die Zahl ist gleichzeitig zu niedrig und sie ist gleichzeitig zu hoch. Und das bedeutet, Griechenland kann rein logisch diese Schulden niemals zurückbezahlen. Und das ahnen wir eigentlich schon lange. Aber wir glaubten daran, an das Versprechen der Bundesregierung, an diesen Plan, es ist keine Transferunion. Deswegen vergeben wir nur Kredite, aber die müssen irgendwann zurückbezahlt werden. Aber letztlich war das keine nachhaltige Politik. Nun haben wir jetzt fünf Jahre lang erlebt, dass wir diese Politik, von der wir wissen, dass sie nicht nachhaltig ist, immer so in die nächste Verhandlungsrunde hinein retten. Denn eines gilt es zu vermeiden, dass Griechenland tatsächlich einen Zahlungsausfall hat. Was würde dann passieren? Was droht jetzt morgen, wenn Griechenland die 1,6 Milliarden an den internationalen Währungsfonds nicht überweist? Dann droht, dass Griechenland und griechische Staatsanleihen international im Default sind, dass das festgestellt wird. Und sobald das der Fall ist, sind griechische Staatsanleihen nirgendwo mehr als Sicherheit hinterlegbar. Alle griechischen Staatsanleihen, die bei der EZB liegen, müssen sofort gekündigt werden, denn es sind keine Sicherheiten mehr. Sie sind in dem Sinne wertlos. Das gleiche gilt für die ganzen Notfallkredite, die die griechische Nationalbank an nationale griechische Banken vergeben hat. Auch die müssten sofort gekündigt werden, weil die hinterlegten Sicherheiten keine Sicherheiten mehr sind. Und dann stellen Sie natürlich fest, dann fällt so ein komplettes Land hier aus. Es bricht völlig weg. Also im Rückblick war das natürlich keine nachhaltige Politik. Was im Rückblick hieran trotzdem wirksam war, das ist, dass dieser Kanal ausfällt. Sobald Griechenland in die Zahlungsunfähigkeit hineinrutscht, betrifft es nicht mehr private Unternehmen und Haushalte. Diese Ansteckungseffekte, die jetzt kommen, weil wir hier im Multiplikator-Kreislauf solche privaten Lieferanten und Gläubige haben, diese Ansteckung ist weg. Aber das bringt uns zurück. Ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Das können Sie sehen, wie Sie wollen. Denn es bedeutet, der Steuerzahler kommt dafür auf. All diejenigen, die vorher griechische Staatsanleihen gekauft haben, die wurden ausgekauft mit Steuermitteln. Das heißt, letztlich kommen diese vielen Stützungsprogramme dem Finanzsektor, den Banken, natürlich auch vielen privaten Investoren zugute, die vorher griechische Staatsanleihen gekauft haben. Also eine sehr zwiespältige Botschaft, die wir damit aussenden. Denn es bedeutet gleichzeitig, Steuermittel werden verwendet, um private Investoren hier herauszukaufen aus dem Risiko herauszukaufen. Und das war natürlich nicht die Idee, mit der die Bundeskanzlerin angetreten ist. Das Rettungsprogramm sollte Griechenland in einen Sparkurs hineinbringen, der nachhaltig ist. Die Kredite sollten zurückbezahlt werden. Das funktioniert nicht. Lassen Sie mich damit jetzt an mehreren Stellen den Bogen zurückschließen zu dem, was wir in der Vorlesung hier gerade machen. Hier haben Sie ohnehin die eine Anknüpfung. Die zweite Variante, warum die Börsen in Asien ins Minus gehen, betrifft das, was Sie letzte Woche schon gespielt haben. Denn ich habe Sie gefragt, werden Sie in Griechenland investieren? Und diese Frage war eine reine Beschreibung des Spiels. Die einen von Ihnen konnten in Deutschland investieren, die anderen in Griechenland, aber letztlich wussten Sie, Sie spielen mit jemandem hier im Hörsaal. Mit Griechenland oder Deutschland hat das gar nichts zu tun. Es ist nur eine Beschreibung, die obendrauf lag auf dem Spiel. Sie hat das Spiel substanziell überhaupt nicht verändert. Aber auf Ihr Verhalten hat es einen immensen Einfluss. Denn Sie sehen noch, so wie Sie es letzte Woche gespielt haben, als Investor in Deutschland haben Sie sich 78 Prozent darauf einigen können, gemeinsam zu investieren. Und kaum hieß es, Sie sind jetzt in Griechenland, waren es nur noch 22 Prozent. Und das, was Sie da gemerkt haben, ist, Stimmungen sind extrem wichtig. Wenn da dieses Wort Griechenland fällt, dann ahnen Sie, die anderen sind jetzt auch in einer schlechten Stimmung. Dann verbreitet sich Pessimismus. Und das ist ansteckend. Denn wenn der andere pessimistisch sind, dann sind Sie gut beraten, wenn Sie auch pessimistisch sind und auch nicht investieren. Ansteckend heißt, genau das ist das, wonach wir gesucht haben. Was sind die möglichen Ansteckungseffekte, die von Griechenland ausgehen? Und das sind dann nicht nur diese, über einen Multiplikator-Effekt, sondern es sind auch rein psychologische. Also mit diesen vier Punkten kriegen Sie die Griechenland-Krise relativ brauchbar interpretiert. Damit will ich nicht behaupten, dass das die einzigen Modellzusammenhänge sind. Denn immer wenn Sie sich der Realität stellen, dann stellen Sie fest, da gibt es noch so viele kleine Dinge, an die Sie zusätzlich denken könnten. Aber es ist gut, erst mal auf einem soliden Fundament zu stehen.